Hallo und herzlich willkommen bei Finanzgroko, Vita hier. Heute geht es um die neun größten Nahrungsmittelkonzerne und anschließend werde ich noch vier von diesen neun Unternehmen etwas genauer anschauen. Ja, beginnen wir direkt mit den ersten Unternehmen hier. Das ist Nestle, eine Dividendenrendite von etwa 2,3 bis 2,4% derzeit. Ein Dividendenwachstum von 3%, also wächst nicht mehr so schnell. Und die Marktkapitalisierung ist hier mit 275 Milliarden Euro angegeben, also derzeit das größte Lebensmittel-Nahrungsmittelkonzern der Welt. Ja, auf dem zweiten Platz habe ich hier PepsiCo stehen. Das ist eine Dividende oder hat eine Dividende von etwa 2,8% und ein Dividendenwachstum von etwa 8 bis 9% in den letzten fünf Jahren. Und die Marktkapitalisierung liegt bei 170 Milliarden Euro. So, der zweite, PepsiCo hat ja nicht nur Getränke, sondern auch Snacks. Ich denke, ungefähr mit Snacks machen die circa 54, 55% der Umsätze. Also gehört das schon zu den Nahrungsmitteln. So, dann haben wir McDonalds als Fastfood, einer der größten. Und in diesem Fall habe ich bei mir den dritten Platz, eine Dividendenrendite von 2,4% und ein Dividendenwachstum von etwa 7 bis 8% auch in den letzten fünf Jahren im Schnitt gewesen. Und die Marktkapitalisierung beträgt 132 Milliarden Euro. Ja, dann kommt Starbucks. Hier wird der Kaffee angeboten. Ist ja auch quasi ein Nahrungsmittel, der Kaffee. Und habe ich mal auf den vierten Platz gesetzt. Hat einen Dividendenwachstum von 23% und bei mir im Depot läuft es auch sehr, sehr gut. Das Unternehmen wächst in den letzten Jahren enorm. Hat eine Dividendenrendite von 1,8%, aber mit einem Wachstum von knapp 20% in den letzten fünf Jahren im Schnitt wird sich das natürlich in den nächsten Jahren nochmal schnell anheben, falls der so weiter läuft. Ja, dann haben wir Mondelez, eine Dividendenrendite von 2%. Das ist die kleinste Dividendenrendite neben Starbucks im Lebensmittelbereich. Einen Dividendenwachstum hier auch etwas höher mit knapp 14%. Also sollte das auch in den nächsten Jahren auch hier zwischen 2 bis 3% auch anheben. Ja, wird angehoben wahrscheinlich so in den nächsten drei, vier Jahren. Eine Marktkapitalisierung hier nur knapp 70 Milliarden. Also gehört das schon jetzt von kleineren Unternehmen, von diesen neuen. Dann haben wir Danone aus Frankreich, also ein Europäer, mit einer Dividendenrendite von 2,6%, ein Dividendenwachstum von 6,7% und die Marktkapitalisierung liegt hier bei knapp 50 Milliarden. Dann kommen wir zu meinem Sorgenkind, das ist Kraft Heinz. Den habe ich auch schon seit mehreren Jahren bei mir im Depot. So, wir waren im Buffett natürlich nicht so lange wie er, aber auch schon meine zwei, drei Jahre. Und hier wurde auch die Dividende gekürzt. Ich habe noch, glaube ich, 16% mal mitgenommen gehabt. Mittlerweile liegen die hier nur bei 5,2%. Auch immer noch hoch, aber da läuft es auch gerade nicht so gut. Immer Gewinnwarnungen und so weiter. Also wie gesagt, Dividendenwachstum liegt hier minus 6%, also wurde ja gekürzt. Und die Marktkapitalisierung liegt hier bei 34 Milliarden. Dann kommen wir zu ADM, also eine Dividende von 3,3%. Wachstum liegt auch nicht schlecht mit 8%. Ja, und dann zum letzten, Kellogg's habe ich auch schon mal vorgestellt vor einigen Wochen. Steht auf meiner Watchlist. Hat ja auch, ja, nicht nur, ich sage mal, Getreidesachen, also zum Frühstück die Kellogg's, sondern hat auch ein mit seinem Tochterunternehmen Farms, ein vielversprechendes und mit viel Potenzial. Ja, ein Unternehmen, was, ja, ich sage mal, Nahrungsmittel auf pflanzliche Basis herstellt, also Fleischersatz, ja, mit einer Dividendenrendite von knapp 3,4% und einem Dividendenwachstum von nur, ja, 3 bis 4% in den letzten Jahren. Vielleicht wird sich das auch in den nächsten Jahren nochmal steigen, wenn das Unternehmen vielleicht nochmal richtig in Fahrt kommen wird. Ja, Marktkapitalisierung hier nur 20 Milliarden, also das kleinste von diesen 9. So, dann haben wir diese 9 Unternehmen, da gibt es natürlich noch ein paar andere, wie Amazon zum Beispiel oder Walmart, die sind jetzt keine richtigen Lebensmittelkonzerne, aber die gehören auch zur Branche Lebensmittel. Amazon ist auch sehr weit schon fortgeschritten, will auch demnächst auch in den USA, ich glaube in Los Angeles, ein Lebensmittelkonzern auf die Beine stellen, ich glaube da, wo Toysoras war, mit 3.000 Quadratmeter Fläche, da wollen sie also Lebensmittelladen quasi eröffnen und ansonsten haben die auch sehr viel online mittlerweile, wo sie halt, ja, Lebensmittel verkaufen, also kein Konzern in der Nahrungsmittelkonzern, sondern halt, er vertreibt die Lebensmittel, genauso wie Walmart ja auch der Konkurrent von Amazon. So, die habe ich heute nicht aufgenommen, aber die wären auch noch, die beiden, sehr, sehr groß. Ich glaube, Walmart ist irgendwie mit 300 Milliarden Marktkapitalisierung dabei und Amazon ist ja sowieso fast bei, ich glaube, bei 800.000 oder so. Also, die habe ich mal weggelassen, wir haben nur jetzt die Konzerne genommen, also die Lebensmittel, die wirklich Nahrung herstellen, also herstellen, McDonalds, ja, kann man auch wieder drüber streiten und bei Starbucks. So, wir lassen wir einfach mal so stehen und nehmen wir jetzt mal, habe ich mir vier Unternehmen davon herausgesucht, die ich noch etwas genauer um die Umsetzung und Gewinne mal anschauen möchte. Da rufe ich mal hier bei Marketsgrün das Ganze auf. So, schauen wir uns erstmal an Nestle an, also das größte, den größten Lebensmittelkonzern aus der Schweiz. Wir sehen hier, die letzten Jahre war hier kein großer Umsatzsprung und auch die nächsten Jahre wird auch kein Umsatzsprung mehr erwartet, sondern also recht langsam, ich habe mir mal notiert, etwa so um 1-2% in den nächsten drei Jahren soll der Umsatz steigen. Da sind wir auch hier in den schwarzen Balken, also der ist relativ nur sehr, sehr langsam steigen, also eher stabil, aber bei so einem Riesenunternehmen ist das auch nicht anders zu erwarten. Die Nettomarge, die wurde in diesem Jahr etwas angehoben, also wurde rentabler gewirtschaftet und in den nächsten Jahren soll ja auch bei diesen ungefähr 13-14% bleiben. Also es bleibt dennoch mehr Gewinn hängen, Umsatz wird zwar nicht mehr so viel gesteigert, aber der Gewinn wird jährlich nochmal um etwa in den nächsten Jahren um 15% angehoben. Da sehen wir auch hier so die Nettomarge, die lag bei etwa 10-8% und jetzt soll die zwischen 12 und 14% liegen. So und das bringt natürlich viel, viel mehr Gewinn. Wenn wir das nochmal in Zahlen anschauen, dann sehen wir hier Umsatz 89 Milliarden, mitten dann jetzt 2020, also nächstes Jahr laut Analysten etwa bei 94 Milliarden und der Gewinn liegt hier bei, was sagen wir, 2018 bei 10 Milliarden und 2020 soll das halt auf 12 Milliarden angehoben werden. So, dann haben wir das Unternehmen uns mal angeschaut, vielleicht noch das AGV können wir uns nochmal betrachten, also bei 24 ist es okay. Dann nehmen wir jetzt mal das zweite Unternehmen, das ist McDonalds, also kein reiner Lebensmittelkonzern, sondern halt eher um Fastfood und eher im Verkauf tätig. Da haben wir auch einen Umsatzrückgang gewesen in den letzten Jahren, aber seit 2018 ist wieder halt, das wurden halt eigene McDonalds Filialen halt übergeben an Franchise und dadurch haben sie Lizenzen erhalten die jetzt noch viel mehr, also die Nettomarge wird jetzt erhöht und dadurch haben sie wieder mehr Geld in der Tasche so quasi. Und das sieht man auch hier an den grünen Balken, das sind die Gewinne, die sind am steigen, obwohl die Umsätze natürlich zurückgegangen sind, weil die natürlich jetzt weniger Umsatz selbst generieren, aber mehr Gewinn. Die Nettomarge wurde halt dann von etwa 19, 20% jetzt auf etwa 28 und soll 2021, 22 noch über 30% gehen. Also das ist schon eine enorme Zahl. In den nächsten Jahren soll McDonalds auch etwa wieder 2% Umsatzwachstum haben, in den nächsten drei Jahren im Schnitt und der Gewinn wird ungefähr um 6% jährlich erwartet, also 6% mehr. Ja, die Dividende-Rendite oder die Dividende wird auch in den nächsten drei Jahren um etwa so 9% steigen, laut analysen Prognosen. Das können wir euch hier noch in Zahlen anschauen. Wir haben hier Umsätze gesehen, bis 2016 24 Milliarden, das ging dann zurück bis 2019 auf 21 Milliarden, wie eben gesagt, die haben halt ihre Lokale oder ihre Restaurants halt an Franchise übergeben und dadurch haben sie halt weniger Umsätze, aber mehr Gewinne. Da sehen wir hier, Nettogewinne, wir sind wieder am steigen von 4,6 Milliarden auf jetzt 2020, soll es ungefähr 6,3 Milliarden ansteigen. Ja, das WGV liegt etwa auf dem gleichen Niveau wie bei Nestle, bei 23 bis 25. Ja, auch also in Ordnung, dann schauen wir uns mal das dritte Unternehmen an. Da habe ich mal da nun herausgesucht, aus Frankreich, ist für mich jetzt persönlich nicht so relevant, einfach wegen den Quellensteuer. Da ist halt nicht so, ja, man muss halt einen Antrag stellen und dann wird man auf, glaube ich, auf 15% reduziert, ansonsten zahlt man da auf jeden Fall mehr und da ist die Dividende halt natürlich dann weniger. Deswegen erstmal für mich nicht so interessant, aber vielleicht für einen anderen vielleicht schon. Wir sehen hier Danone, also aus Frankreich, europäisches Unternehmen. Wachstum wächst langsam, so 1-2% in den nächsten Jahren soll es laut Prognose um die 3% wachsen. Die Nettomarge ist eigentlich auch recht stabil, zwischen, ja, was haben wir hier, 9% bis 10%, also nicht so rentabel wie Nestle oder halt McDonalds. Ja, die Gewinne sind auch eher, ja, stagniert, die liegen etwa nur bei, wie ihm gesagt, bei 8-9%. Nettomarge haben wir hier, also in den nächsten Jahren soll es da auch etwa um 6-5% nur wachsen. Können wir aber auch die Zahlen mal anschauen, was haben wir für ein KGV. Hier haben wir ein niedriges KGV, 20, 2020 soll es ungefähr bei 18 liegen. Also auf jeden Fall schon mal besser bewertet als die anderen beiden. Aber ich persönlich würde halt natürlich der Nestle oder McDonalds bevorzugen als Danone. Ja, dann schauen wir uns mal das letzte Unternehmen an. Da rufe ich mal, das ist ADM aus den USA. Ja, lief in den letzten Tagen recht, ja, stabil. Und die Umsätze, die können wir uns auch mal anschauen. Und wo liegen wir da? Also wir sind, wir sind seit 2016 steigende Umsätze, auch nicht so hoch, aber dennoch steigende. Und in den nächsten Jahren soll es auch nochmal um 2-3% wieder steigen. Die Nettomarge war 2019, also jetzt nicht so toll. Aber in den nächsten Jahren soll sie wieder auf etwa 2-3% ansteigen. Man sieht hier, also die haben wirklich hohe Umsätze, aber die Gewinne sind natürlich sehr, sehr niedrig. Mit 2-3% Nettomarge ist das natürlich in dieser Branche sehr, sehr schwer. Aber dennoch ein interessantes Unternehmen. Stand schon vor Jahren auf meiner Watchlist habe ich nie erworben. Aber wenn es ums Getreide geht, ist das natürlich die Nummer 1. Und ja, ich denke mal, irgendwann wird das Unternehmen auch in meinem Depot den Weg finden. Derzeit finde ich einfach interessantere Unternehmen. Aber ADR steht bei mir ganz, ja, schon länger auf der Liste und bleibt es auch weiterhin. Wie gesagt, das ist ein interessantes Unternehmen. Und in dieser Branche, also mit Getreide, habe ich noch keinen. Und deswegen bleibt es weiterhin auf meiner Liste. Wir können uns mal die Umsätze anschauen. Also wir haben hier 62 Milliarden im 2016, hat das Unternehmen erwirtschaftet. 2020 soll es ungefähr bei 66 Milliarden sein. Und ja, der Gewinn liegt hier bei 1,2 Milliarden. Man sieht also, man macht 62 Milliarden Umsatz und Gewinn bleibt auch hier nur 1,3 hängen. Das ist etwas mager. 2020 soll ungefähr 1,8 Milliarden hängen bleiben. Das KGV ist aber hier natürlich sehr niedrig. Bei etwa 13, 2020 soll das KGV liegen. Da sehe ich natürlich jetzt schon für mich persönlich sehr interessant bei einer Wertung von 13. Vielleicht da mal nochmal genauer einen Blick drauf werfen. Und mal schauen wir mal. Also die Winderendität liegt ja auch bei 3,5%, 3,4%. Und das ist natürlich nicht sehr wenig. Also auf jeden Fall interessant. Muss man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen. Falls jemand Interesse hat, kann er das ja mal tun. Bin mir einfach interessiert, wer hat schon dieses Unternehmen im Depot? Oder wer hat es auf der Watchliste? Und wirst du damit halt zufrieden? Einfach mal in die Kommentare rein. Können wir mal darüber sprechen. Ja, ansonsten würde ich sagen, was ist das für dieses Video? Wir haben uns jetzt mal die 9 größten Unternehmen angeschaut. Davon habe ich mal 4 genauer betrachtet. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö.